da kämpfe ich gegen 2.600 mit 3.000 na kämpfen wir mal ich habe jetzt auch regen warten ich habe jetzt auch regen warten ich habe jetzt auch ich habe jetzt auch endlich mit den mit der anderen challenge angefangen die ist auch ziemlich interessant also die andere challenge ist ja nur kavallerie oder nur tiere bauen hier darf ich ja keine tiere also kavallerie kriegst du davon und so weiter darf ich ja hier nicht bauen und bei der anderen challenge war es so dass ich eben gesagt habe okay jetzt brauche ich nur die mit den selekiden aber also mit den selekiden geht es ja auch aber es ist nicht leicht ich bin mal gespannt ob das überhaupt möglich ist was ich mir da vorgestellt habe okay da kommen sehr viele lewes aber lewes sind kein problem hinter uns kommen kavallerie kavallerie warte dann hole ich mal die zwei die passen mal mit den general auf die fernkämpfe aus ja meine befehle oh ho 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 ja 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 Der Treffer war gut. So, in die Presche, warte, was war das nochmal? Ah genau, Angriffsbonus und so weiter. Das ist richtig geil. Er macht ja auch schon ziemlich damage hier. So, was ist hier los? Nichts eigentlich, ne? Okay, er geht da weiter. General, du gehst da weiter. So? So? So. Wir verlieren unseren Vorteil. Welchen Vorteil? So viel Zeug, wie verlieren wir den? Aha! So, die Fernkämpferinnen sind zwar jetzt weg, aber das ist überhaupt kein Problem, weil da haben genug überlebt. 27er werden komplett überlebt. Wir erwarten eure Befehle auf Lite. Durchbrächtlich bei Ihnen! Bitte, Laufschritt! Mach! Glockenbar banden. feindlichen Einheiten entdeckten. Die sind alle noch okay, oder? Ja. Fungenschützen, bitte hier die abknallen. So, General gegen General. Äh, willst du den jetzt bitte mal angreifen? Danke. Fungenschau kurz. So, wie sieht es hier aus? Uiuiui, da ist auch noch jemand. Gut, der geht mal außen rum. Da muss ich halt mal, äh, bisschen, ja, vielleicht weggehen. Okay, dann geh ich mal hier hin, da hin, da hin. So, schieß mal da hin. Du, 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 du. Du, du gehst mal da weg, weil... Du, du, du gehst einfach zwischen rein. Der hat sich so breit aufgestellt, da... Da musst du ein bisschen Pressure machen. Ist das gut? tja punkt schützen die kann auch über häuser schießen so jetzt gehe ich mal da in den rücken sehr schön dann sollten wir jetzt auch bald mal fertig sein jetzt auch mal fertig an sich war das jetzt auch schon das schwerste oder hat schwer war das alles nicht die haben jetzt auch keine wir haben jetzt auch keine munition mehr zum glück hatte ja ihr macht jetzt mal signal schuss so und dann eine brandschuss so und dann eine vorsprung ein bisschen farmen könnt ihr ja noch eine unserer einheiten hat ihre gesamte munition verbraucht so gut aber auch wirklich nichts schweres ich hab alter ich habe fast 800 verloren das ist halt das schwere wenn man gute defensive einheiten hat und der gegner auch das ist meistens dann ein bisschen unpraktisch du holst dir jetzt noch mal kritischer und du kann ich gerade nicht schade wieso habe ich die idee noch nicht noch nicht befördert so gut ich bin mal gespannt ob der hier oben mich angreifen will oder wird aber ich wette nicht sei denn er ist dumm also seine armee ist gerade am hungern also regeneriert er sich nicht und nein der held ist tot das ist blöd das ist schlecht und dass er hier bleibt ist auch mega schlecht 90 prozent ja ok das machen wir dann auch automatisch wir haben 300 verloren das ist alles andere als schlecht nächstes mal holst du dir medlan wieder zurück alles easy und als kosten weniger ja brauche ich nicht momentan wir sind jetzt schon am punkt angelangt wo wir uns eigentlich in anführungsstrichen alles leisten können aber wir haben kein geld mehr aber wir müssen jetzt nicht mehr so auf das geld achten weil wir pro runde 12.000 bekommen das ist schon ordentlich oh da brauchen wir holz wo bekommen wir holz her wo ist holz warte mal ich sollte mal weiter auf entdeckungstour gehen oder wo bist du denn da bist du du machst mal jetzt gewalt brudern und deckst weiter auf so mit massilia will ich jetzt mit der armee mit drei einheiten wollen die das angreifen ok nur zu ich sag nichts unsere feinde werden beim gedanken an eure macht erzittern äh äh bin ich mit denen ich schon im krieg ja offensichtlich nicht ja logisch mach mal das ist gut dass es nicht bei uns ist bevölkerungsüberschuss blablabla blab blub gut hier brauchen wir hellenistischen einfluss komplettes hier ist plus vier plus drei plus plus eh 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 plus zwei plus drei minus zwei also machen wir den da hier könnte ich natürlich jetzt nach katago runter und die angreifen aber der norden ist äh gerade schon schwierig genug der hat gerade schon genug probleme warte er muss mitmachen jetzt hat er so gut bisschen öffentliche ordnung bisschen militär damit es nicht nochmal passiert ist wenn er nicht die keine ahnung idee spartas viel spaß gut hier haben wir das aber ja wobei ähm industrie wir können nochmal industrie machen ja komm machen wir nochmal industrie ähm von bäumen von bäumen ok kann ich kann ich doch noch gar nicht bauen das lustige ist ich schaue schon also schon ziemlich häufig auf dem chat ähm aber heute kommt ja äh wenig oder also ist ja nicht schlimm aber weniger und dann ja egal was geht denn hier wir sind party gut dann schauen wir nochmal was die nächste runde bringt und dann würde ich sagen ähm war es das mit jerome heute und wir machen ein bisschen game of thrones rom reichtum und ein platz in der geschichte apontos ne ja ok machen wir äh nö will ich nicht das brauche ich gar nicht zu versuchen weil die zu ram macht auch keinen sinn weil die schon rumpf nummer also stufe eins haben ja brauche ich die auch nicht zu rammen nahrungsmittel der knappheit von wegen naja ok gut das darf dann der zukunfts hobby machen auf und ich auch auf 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 Bis zum nächsten Mal.